Ich werde nicht lange bleiben. Und dann willst du zurückkommen. Ja, bestimmt. Du musst Schwedisch sprechen. 18,0. Zieh jetzt deine Kleidung aus. Elle Meyer, sei ein gutes Beispiel für die anderen. Los! Ich will nicht, dass du fortgehst. Wer kümmert sich dann um deine Reaktion? Ich möchte nicht mehr hier sein. Ich will kein verdammtes Zirkustier sein. Sofort. Raus. Ich würde gerne auf eine höhere Schule gehen. In Uppsala. Du kannst leider nicht so viel wie die schwedischen Kette. Ihr müsst hierbleiben oder euer Volk wird aussterben. Und wenn ich hier gar nicht wohnen will? Dreckige Laut. Nimmst das jetzt sofort zurück! Sag dich was? Was du gesagt hast, nimm es zurück! Ihr seid Lappen genau wie ich! Du bist nur eine kleine Lappin, die keine Ahnung hat. Dein Gehirn ist winzig. Das ist der Grund, warum uns keiner will. Bist du das Mädchen aus Lapland, das Niklas dort oben getroffen hat? Also kannst du auch, ähm, jodeln? Ich meine, nein, jodeln. Jodeln. Ja, jodeln. Ja, jodeln. Ja, jodeln. Ja. Ja, jodeln. Vielen Dank.